Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Paket ist da. Das ist für die Vögel, aber nicht für draußen, sondern für die hier drin. Das werde ich jetzt mal auspacken und schauen, wie es aussieht. Ich freue mich. Bis gleich ein Moment. Ich habe das mal rausgenommen. Das sieht so aus. Das ist irgendwie besser als gedacht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das zusammengebaut bekomme oder nicht. Ich werde gerade mal schauen. Da ist das Zeug. Da ist das drin. Und dann können die schon bald auch nach draußen fliegen. Genau. Ich mache das einmal auf. Nur durch, dass kein Werkzeug mehr dabei ist. Das wäre nämlich noch gut. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich das zusammenbauen kann. Und ja, sehen wir uns dann. Bis gleich. Ich kann es selbst nicht zusammenbauen, aber denen geht es auf jeden Fall gut. Es ist sehr dunkel, entschuldigt. Und da sind die zwei. Und da ist der Rest. Bei euch ist es sehr dunkel. Ein bisschen Licht. Olaf, der hat gestern gesponnen. Der hat sich da ans Gitterkopf übergerangen. Das sind schon zwei Süßchen da. Nichtsagenden. Hm? Und da sind die anderen nochmal. Ne, Olaf? Hä? Dürft bald fliegen. Alles gut. Ähm, ja. Ich sehe gerade, ich muss meine Kamera aufladen. Das werde ich auch jetzt gerade machen. Und wird hier aufräumen. Genau. So viel gibt es nicht zu tun. Es ist einfach dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Dunkel, nass und regnerisch heute. Genau. Ich werde mich nachher im Video melden. Ich zeige euch gerade noch schnell die Küche, weil die muss ich nämlich auch noch machen. Die sieht gerade so aus. Sieht nicht so schlimm aus. Aber muss heute gemacht werden. Genau. Und ja, ich melde mich gleich. Also gleich. Wenn ich fertig bin oder wenn ich eine Pause mache, melde ich mich wieder. Bis gleich. Ich werde mich jetzt, ich weiß noch nicht, wie lange ich machen werde, aber das Fahrrad setzen, Ausdauer trainieren und ja. Das Vogelhaus habe ich dann doch zusammen gebaut. Das habe ich doch noch geschafft. Und ich würde mal sagen, ich werde mich jetzt hier ein bisschen abstrampeln. Genau. Und melde mich danach. Vielleicht filme ich auch. Muss ich mal schauen. Genau. Bis gleich. Bye, bye. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ein Foodtoy für euch. Ich werde Lidl einkaufen. Und ja, ich lege einfach mal los, weil die Kamera zeigt mir an, dass ich quasi kein Akku mehr habe. Ich habe ein bisschen. Also ein paar Mal vorgelegt. Ich habe ein paar Mal, was ich jetzt nicht so gut habe. Ich habe ein paar Mal hier. Ich habe zwei Mal miteinander gebraucht. Dann fangen wir mit dem ungesunden an. Einmal Chips. Und irgendwo habe ich noch einmal gehabt. Ja. Zwei mal Tartilla Crab. Dann Joghurt. Irgendwie ist es noch nicht so gut und das soll es hoffentlich gehen. Ein Moment. Auch nicht besser. Wartet. Doofe Position. Einen Moment. Ich stelle euch woanders hin. So woanders hingestellt. Ich glaube da ist besser. Also eben Joghurt. Dann Baguette. Zwei mal eins ist mit einem Alter kaputt gegangen. Macht nichts. Deshalb noch mehr Joghurt. Joghurt. Dann zweimal eine Gurke. Dann hier zwei mal irgendwo. Da ist die zweite Gurke. Dann habe ich zweimal Kulé Kalbsbratwurst genommen. Dann einmal Schinken. Einmal Käse. Dann nochmal Joghurt. Dann einmal Mais. Einmal Öpfel. Dann Geflügel. Dann Brötchen. Dann so ein Schoko Joghurt zum probieren für mein Mann. Dann 15 Eier. So ich habe die Kamera an den Strom gepackt. Dann Erdbeeren. Entschuldigung. Dann habe ich mir jetzt mit der Sushi geholt. Dann zweimal Hörnling. Dann Bananen. Dann nochmal was ungesundes. Noch einen zweiten Joghurt zum probieren. Schoko für ihn. Nochmal Joghurt. Dann zweimal Frischkäse. Das war eigentlich alles. Ich werde jetzt alles ganz schnell verräumen. Kamera aufladen. Nachher das Video bearbeiten. Danke fürs Zusehen. Ich habe keine Ahnung wie lange das Video geworden ist. weil ich das in schnellem Durchlauf gemacht habe. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye.